willkommen zurück bei minecraft mit den zwei lappen marcus das ist wenn das ist marcus leider hier mal wieder wenn wir da und heute geht es weiter ich weiß zwar nicht mit was wenn hat hier die idee er haut jetzt auch gleich raus für alle genau jetzt genau jetzt okay einerseits bauten wir an unsere bürgmauer elektrozaun dran habe ich mir gedacht warum nicht so elektrozaun schadet doch nicht kann man immer mal gebraucht und ja die stromrechnung und die andere sache die wir brauchen wäre dann auch noch etwas cooles müssen wir gucken was sonst einfallen lassen dafür die mob farben da wird sich gut daran setzen wir bräuchten für die worte fahren kann das ich ja mal irgendwie schon mal hier zurechtsuche ich muss jetzt hier doch mal gucke ich glaube ich brauche ich weiß was ich brauche und wie ich das erstelle ja die rezepte hast du doch du wirst du suche kriter auf deutsch ja ich spiele nicht auf deutsch ist dein problem ich könnte einen quatschwein und quater doch gibt es auch auf englisch ja genau ist ja fast nichts nicht wissen dass ein diamond cutting heat hat der fang dein diamonds scharf keine quatschwein nein quater brauche ich seit der einen scharfs nicht von factorisation allerdings weiter entscheidet ja jetzt weiß ich da brauche ich plastik schiez ja das ist ja gerade noch hinkriege ok die kreider baust jetzt erst mal nicht noch nicht sagen dass wir daran einen elektro zu bauen plastik plastik wir brauchen mehr plastik und zwar wollen wir unisoliertes kabel habe ich würde sagen wir nehmen weil kupferkabel oder das müsste reichen ich habe keine ahnung was ich hier mache aber ich mache es mal und das habe ich jetzt plastik schieß da würde ich schon zum schießen genau das war halt ihr keine ahnung hat die nächsten mal in den wochen noch ob ich habe im kolben und ein buch und ein kolben oh man das ist doch so viel arbeit müssen das für ein scheiß ich brauchst du haben wir haben ja nur ein bisschen stone es ist überhaupt so dass es ist weil ich habe eineinhalb stext kupferkabel gekraftet wacke ist ja da brauchen wir doch dollar panels am besten sticky was du kannst war und dann brauche ich holz kann man jetzt mit wurd oder blanks bretter hast du kannst weil der mfe holen also baut mfe einfach ja gleich noch kabel stone kubel hoffs stone haben wir nur 18.000 kabel stone das ist fast nicht viel so was brauchen wir haben das habe ich vergessen was das bruchten und ich glaube jetzt 2000 der von solar panels da würde ich dann ein paar low voltage machen kann um ein paar medium zu machen um eine high voltage zu machen was brauche ich noch das komische maschinen factor wieder plastik haben wir es nicht schon dass wir das haus rein so wau plastik energie kürste kürste math das ist scheiße das system let's don't die man haben wir jetzt die man was sind wir jetzt zum diamanten jetzt werden und die erwarten ja haben wir haben jetzt brauche ich glienste und wie heißen das sind gepackert ist er bräuchte einfach nicht marcus hast du echt welche gebrannt das wäre schön ja da ist gewohnt doch hast du in deiner unwissenheit hast du das gemacht dann brauche ich das hier hin das dahin das dahin so was wenn ich habe deine komischen quater doch haben wir zu tun ich habe 278 stück wir haben mehr als genug kurz zu geben ja da kann ich mich nicht halte schön irgendwas ja die frage ist weil wir den elektrozahn wo wollen wir denn hin haben weil wir wirklich auf die borg bauen würde ich dich mache oder gemerkt 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 ich will ich will ich möchte die ausdecken nur in diesen aus dichter oder was ja die frage ist wollen wir hier die elektrozahn auf die bauer klatschen weil man kann das ist ja auch ein bisschen dämlich warum warum nicht als elektrozahn auf der burg bauer ist ja und tja wir sind ja fortschritt da war es mir brauchen nur atomkraftwerke in der burg obwohl die pur ziemlich hier baut der atomkraftwerke dahinten du lappen da obwohl die burg ziemlich mickrig ist so ein wird da hinten gebaut beim sand nicht hier dritten ich mache er machte der match ja wenn du irgendwann bist du das ist nur kabel das macht das kabel oben da sie das scheiße aus wenn es wird doch noch mal was sie noch mal arbeiten das hast du ein kleiner zerstörter hast du aufgesammelt hoffe ich ich hab dir nicht mal hingesetzt du hast ihn in der hand digger nein will ich jetzt nicht mehr jetzt wieder bauen mal ab da mal ab weil ich nicht mehr gesehen habe ich habe im anzeigepack gehabt aber und manchmal raus du musst das jetzt erst mal und der anbringt wir wissen auch noch irgendwie strom rüber kriege teleport das scheiße ist natürlich das ding gedau also wir haben acht minuten keine acht minuten aber und seine gold wir haben nicht unsere kabel verdammt glaube ich sollte weniger drückt durch die leitung ihre hausse rum wo geht unser ganzer saft hin in dm wie ja weil ich habe gerade einfach reingelegt und sie wissen nicht voll werden digger recht nicht ich habe sicherheitshalber aufgefüllt ich brauche unbedingt mal nahrung alter haben wir noch so wen stinger ich habe also ist er den kurzen schon wieder platziert habe ich einen schraubenschlüssel können wir einen geben einer ich brauche schraubenschlüssel ja kommst du mir ich habe elektronisch stehen ja ich habe das sind wir platziert das mache ich irgendetwas verbraucher der dauer herum verbraucht habe ich ganz großen sogar was für ein messe weiter mess wird für kater ja stimmt ihr könnt wer ich wirklich da hinstellen nein können wir nicht warum nicht weil ich das sage äh ja dann nehme ich mal ein von der elektrik fern ist die futter ja alle ich habe ganz viele iron furnaces gebaut ja weil die hier irgendwas verbraucht hier ganz viel strom was glas aber kriegt jetzt hier schon schlag wer was nicht die dinge der hat aber noch keine worden so werde ich mal bitte dem vorderen kabel soll ich sterben oder nicht da jetzt kriegt der ganze scheiße wieder strom ich dann kann auch schon dritten so ist mir gelten hier der hier was die halt schon leider ja ein herz anhalten ja er kommt immer darauf an wie viel sturmgarten verbraucht wird glaube ich bau doch mal die heidigen und dann kriegt man im one hit ich verstehe ich verstehe ich verstehe markus sehr troms sagt der hätte ich jetzt weil der dinge bitte ich stehe ich stehe ich stehe ich habe ein herz ich habe ein herz ich habe ein herz ich habe ein herz ich habe ein bisschen du weg alle katze nicht laufen nicht mehr das sollte man erlaubt elektrisiert nicht einfach hart das sollst du auch laufen können doch also dann muss er sich die burg bisschen größer bauen ja hier geht es ja noch du kannst halt nur am linken laufen oh ich habe meint das ding ist aus nein oh das wäre ich auch fast gestorben das ding ist ja gemein gefährlich also baust außerhalb hin oder vor die mauer genau was vor die mauer ich habe die ganze mal die energie genommen jetzt mal jetzt machte die energie weg jetzt wo ich hier wenn hier wird es nicht mehr fähig gebaut da hast du mal da sie sind ja so ja elektric furnace derzeit foto auch seine sache kommen dazu mit auf wieder naja und wie man auch wenn du den wallblock hier abbaut dann hast du einfach wieder instant recht auf der auf der ich bin bei mir der leider nicht mehr ich bin ich bin er braucht etwas anderes hin keine Ahnung und das ist erlaubt wurde es gewählt da das hat mich ziemlich gemacht hier wieder hier liegt da hast du ihn doch meine kinder bist du kindes menschensklarst du mein schwert traurig worden ich kann schon stimmig dich mal mehr aber das ist weiter ich hab ich so viel wie war es nicht mehr der was auch nicht erwartet so wie genau mit dem tag er auch nicht die ganze Nähe ich will es werden sie vorhatten bachst halt einfach hat oder foto feste sicher ich doch was du hart wachst kann ich gar nichts dafür also noch als das euch soll ich die mauer entlang ziehen oder soll ich in die mauer wache unten droht also vorne dran wie viel steuer haben wir eigentlich vorne dran an der mauer also da drauf wie viel steuer haben wir es also drauf 18.000 wurde ich drucken ordentlich fett verballern alter wer vielleicht hat die säge die sensor schaffst du es doch diese war haben damals so weiter zu wollen meinst du die heizung ich habe jetzt gerade ein bisschen energie verbreitet diese will aber ich habe die ich will habe es auch gemacht ja die folge ist eh gleich vorbei deswegen haben wir uns richtig produktiv na ja wir haben bald die elektrozeuge haben eine bronzer pickings ich weiß nicht was wenn du so scheiße bauen die habe ich irgendwo gefunden ach wir haben nur 374 gold oben wie viel 1401 kies 18.000 stein 18.000 stein ist ja nix ist ja nix da kommt mal bisschen was kann man was bauen wir paar öfen bauen ja bauen wir ein paar öfen am besten mit schiffen ja das könnte man ich mal machen wie viel kippen aus 18.000 steine kriegt man 22 23 64 926 2000 kriegst du 2000 kriegst ich 2000 sein weil du die mehr wie ein stack von was kriegst wollen wir wetten ja ich mache es ja gleich das aber abstürzt leute ja gut das ist jetzt die letzte ding wir haben ja 18.000 weil ich was guckt zu ja ich bin drin und jetzt mache ich den shift klick ok ja ich habe genau ein 64er stack ins inventar bekommen ok gott dann ist es ok hast du recht gehabt ich habe unrecht gehabt und diesmal war das das ende dieser folge mit den zwei lappen bis zum nächsten mal bis dahin 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 bis dah